Ja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herzburg. Wir wollen Sie heute zum Tag der Küche einladen, es ist am Samstag, den 30. September. Und da geht es um den Hahn von Peter Zuber, um die Gucke. Seit 1999 zelebrieren wir den Tag der Küche aus Massivholz mit dem gemeinsamen Kochen in unseren Massivholzküchen. Denn was kann für neue Besuche informativer sein, als sich mit anderen Möbelmacherkunden austauschen zu können und die Showküchen selbst auf Herz und Nieren zu testen. Da gab es auch schon Überraschungsgäste, von denen wir einiges gelernt haben, zum Beispiel das bilderbuchmäßige Zerlegen eines 2,5-Kilo-Hahns in Demeter-Qualität. Mal kochen wir ganz konventionell, wie Sie es gewohnt sind, naja, vielleicht eher am Teppanyaki als in der Pfanne, aber zusätzlich auch im Druckdampfgarer, wir vakuumieren wertvolle Lebensmittel und gar nicht im Thermalisierer im Sous-Vide-Verfahren. Wir nutzen einen Induktionswock und haben natürlich auch den ersten Schockfroster für den privaten Haushalt im Einsatz. Denn die Ästhetik, Funktionalität und Unkaputtbarkeit unserer modernen Massivholzmöbel, die erklären sich praktisch von selbst und nebenbei beim gemeinsamen Kochen. Aber bei den Arbeitsplatten aus Keramik oder den modernsten Geräten soll doch jeder selbst ausprobieren, was ihr oder ihm am meisten Freude macht. Von 10 bis 17 Uhr können Sie jederzeit zu uns stoßen und mitmachen oder auch nur zuschauen und mitessen, aber wer wirklich Peters glücklichen Gockel selbst zubereiten will und dabei unsere Showküchen im harten Dauereinsatz erleben und testen möchte, der sollte sich für den Kochworkshop bei uns anmelden und gleich ab 10.30 Uhr mitmachen. Wir reservieren dann auch eins unserer begehrten Brotzeit- oder Partybrettchen für Sie. Schicken Sie uns doch einfach eine Mail oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Tag der Küche oder wann immer Sie Zeit dafür finden. Bis bald! Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Tag.